Heute werden wir Lotto ganz anders spielen. Stellt euch mal vor, es gibt ein Computer, eine App, eine Software, was auch immer. Diese kann uns zumindest aus letzten fünf gezogenen Zungen gewisse Kreuze vorgeben. Das hier sind sogenannte sieben Systeme. Und wir müssen uns quasi nur noch unten für die Kombinationen entscheiden. Und damit herzlich willkommen. Hallo liebe Freunde. Also ich würde mir zunächst einmal zum Beispiel hier oben die Kreuze anschauen. Das sind 5, 5, 5, 4, 5. Dementsprechend werde ich mich hier genauso für fünf Kreuze entscheiden. Ich tippe mal auf die 1, 2, auf die 4. Dann haben wir die 6, weil 6 läuft hier untereinander und die 7. Also ich habe mich hier oben insgesamt für fünf Systeme entschieden. Jetzt muss ich jede einzelne System natürlich auch jeweilige Kombinationen zuordnen. Hier oben können wir ein bisschen das Spiel noch lenken. Hier unten nicht mehr. Das ist ja alles nur noch auf Zufall. Also ich entscheide mich für die Kombination 1. Spalte 2, tippe ich per Zufall auf die 11. Dann haben wir die Spalte 4. Hier per Zufall einfach auf 19. Spalte 6, ich tippe hier mal auf die 34. Wir gehen auf die 7. 37 und vielleicht zu guter Letzt die 39. Also hier unten brauchen wir insgesamt sechs verschiedene Kreuze. Das alleine reicht in der Form so nicht, weil wir haben ja keinen Computer, der uns das Ganze vorrechnen kann. Also muss ich das Ganze erstmal manuell vormachen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft so ein ähnliches App entwickeln können. Jetzt geht es um die Auswertung. System 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind die Systeme, für die wir uns entschieden haben. Hier die Kombinationen. Also System 1, Kombination 1. System 1, Kombination 1. Einfach runterziehen. System 2, Kombination 11. System 2, Kombination 11. Das ziehen wir mal hier rüber. Dann haben wir System 4, Kombination 19. System 4, Kombination 19. System 6, Kombination 34. System 6, Kombination 34. Also ihr seht, das geht sehr einfach. Dann haben wir System 7 mit 37. 7, 37. Und zu guter Letzt gleicher System die 39. So, das war's auch schon. So, der Spätsommer, der zeigt sich ja von seiner besten Seite derzeit. Und auch unser Jackpot strahlt mit der Sonne um die Wette da draußen. Heute 31 Millionen Euro. Da hat sich also ein bisschen was angesammelt. Die erste für heute ist die 42. Am Mittwoch. Damit also kein Supersechser, aber dafür ein einfacher Sechser. Der war mit dabei. Da gehen die Glückwünsche dieses Mal nach Hamburg. Weiter geht's mit der 28. Ja, und für die sechs Richtigen ohne Superzahl gab's für den Tipper aus Hamburg auch ein kleines, stolzes Sümmchen. Nämlich knapp 1,5 Millionen Euro. Heute geht's übrigens um 2 Millionen für den einfachen Sechser. Nächste ist die 48. Elfmal in Folge ist er jetzt nicht mehr geknackt worden, unser Jackpot. Beim Spiel 77 sieht's ähnlich aus. Da siebenmal in Folge. Heute geht's dort nämlich mittlerweile um rund 4 Millionen Euro. Nächste Lotto zahlt die 2. Und bei Supersechs, da hatte ein einziger Spieler Glück letzten Mittwoch. Und da gehen die Glückwünsche nach Rheinland-Pfalz. Für die sechs Ziffern gab's wie immer 100.000 Euro. Viel Spaß damit. Vorletzte ist die 25. Ja, knapp vier Monate haben wir noch. Dann ist 2023 schon wieder rum. Und Lottozahl 19, die ist aktuell immer noch Spitzenreiter mit 16 Ziehungen auf dem letzten Platz. Die 46 ist ja nur dreimal dabei. Und die 22 ist unsere letzte Lottozahl für heute.